so dann schauen wir doch mal weiter da sind wir gerade durch diese teleporter falle durch wo wir einfach nur ganz schnell laufen mussten nachdem wir den knopf gedrückt haben und hier haben wir die nächste falle springen kann man nicht oder aber achso wir werden einfach nur irgendwas rüberwerfen müssen wie ein stein ja die rätsel sind noch nicht wirklich schwer außer das rätsel mit den pazifisten schnecken das war echt übel aber eigentlich würde ich ganz gerne wissen was da unten ist wir haben ja gerade abgespeichert also springen wir einfach mal runter das ganze haben wir jetzt für einen pilz gemacht hat sich nicht wirklich gelohnt kein schalter kein gar nichts aber wenigstens kann ich später mit der gesichert gewissheit schlaf dass wir alles hier erforscht haben was man erforschen konnte und der kristall leuchtet wieder blau ich dachte ja die bleiben so matt aber es ist gut zu wissen dass ich quasi regenerieren und ganz so sparen wir uns auf jeden fall das essen wenn wir schlafen würden um die lebenspunkte zu regenerieren gegner und wir haben wieder kein zauber vorbereitet 90 erfahrungsmodelle chemisch und so gemein sind die gar nicht wirklich nah angeguckt habe ich sie mir aber auch nicht weil wir immer vor den weglaufen und zauber schmeißen aber diese sehen so ein bisschen aus wie eine mischung aus fledermaus und weiwern jedenfalls in meinem kopf bisher also attack power 10 speed 15 attack power 10 speed ein bisschen weniger aber er hat ja äxte geskillt mal gucken wie sich das verändert momentan hat er 16 angriffskraft 3 zielsicherheit ja das macht schon mal 18 angriffskraft und viel sicherheit schön schön und ein schlüssel noch irgendwo was einig das nettle nettle ist eigentlich eine brennessel also eine nessel ein ziemlich häufiges kraut das dunkelplätze bevorzugt es wird benutzt um schlangenbisse zu behandeln aber nur in präparierter form also ja es gibt wahrscheinlich wirklich alchemie denn die haben an sich ja keine fähigkeiten die dinge also oben der dicke text da steht nichts davon dass man das rechtsklicken kann denn irgendeine wirkung bekommt schön schön brauchen wir nur noch irgendwie mörser und meißel und vielleicht noch so ein paar glaskolben um tränke herzustellen so wir gehen jetzt zurück und haben jetzt die qual der wahl wo wir die schlüssel reinstecken oder wir brauchen die zwei schlüssel für die große tür aber jetzt können wir dich mal in ruhe angucken hängst hinter der tür fest also du hast die der mausflügel und das den komischen schnabel aber ja was das genau darstellen soll kann ich so nicht sein ja bleib mal schön dabei zu stehen ist ok dein freund gleich auch noch langsam klappt das auch ganz gut mit den zauber sprüchen mit den angriffen hier klicken und der minotaurer fast aufgegangen davor habe ich immer panisch hin und her gedrückt jetzt geht das schon wesentlich besser ja mit zum heilkristall im rücken ist das ganze doch wesentlich einfacher so ich habe aber eben gerade die legionäre gehört die im stechschritt marschieren das ist gar nicht gut also aus der richtung höchste ist was ich übrigens auch ein ganz nettes feature finde also es ist zwar ein altes spiel aber dass man jetzt hören kann aus welcher richtung gegen kommen heißt ich lausche jetzt quasi gerade an der wand und da irgendwo sind die legionäre außer ich hab die kopfhörer vertauscht aber gut nichts an den wänden wir wollen ja nichts übersehen denn wir werden jedes secret brauchen das erfinden können um das auch schwer zu schaffen ja die sind doch recht offensichtlich markieren wir mal da ein schalter der hat was gemacht da ist was aufgegangen der macht das zu ach wo kommst du denn her also die schalter scheinen irgendwie den weg zurück zu blockieren aber dafür was anderes hinter uns wieder aufzumachen ganz kurios oh level up und diesmal krieger nummer zwei und magier nummer eins äh quatsch dieb und magier nummer eins also irgendwie werden die erfahrungspunkte nicht gleichmäßig verteilt aber woran es liegt kann ich jetzt nicht sagen und hier scheint es durch die mauer durch ja die mauer ist auch zu und ist so eingezeichnet das ist gut so wie viele fackeln haben wir noch das ist keine fackel das ist eine keule eine fackel das war ganz schön mau da ist noch eine aber wir sollten unbedingt jede fackel jetzt einsammeln die wir finden können so level up ihn haben wir ja schon ein bisschen verskillt mit den dolchen und fernkampfwaffen aber gut er ist doch wesentlich öfters im nahkampf und ich denke mal es wird sich rentieren zwei charaktere zu haben die nahkampfschaden machen und zwei die fernkampfschaden machen also sollte er bei dolchen bleiben das heißt wir erhöhen jetzt dolche oder ausweichen wenn wir ausweichen höher bringen auf 17 zum beispiel könnt ihr die leichte rüstung tragen ja nehmen wir lieber die rüstung so jetzt bekommt er noch mal resistenz gegen feuer und blitz obwohl wir noch keine feuer und blitz gegnern getroffen haben oh wir können mal gucken er hat jetzt ausweichen 25 und jetzt hat er immer noch ausweichen 25 schade also gibt es keine direkte verbindung zwischen dem skill und dem pferd na gut magier du kriegst jetzt haben wir noch neuen erdzauber bisher nicht ne werden die erdzauber stärker je höher der skill ist das ist die frage oder ob die stärke durch spellcraft abgeleitet wird hier steht nur wenn man den skill erhöht ermöglicht es uns ermöglicht es uns dass wir mehr zaubersprüche sprechen können bevor unsere reserven gelehrt werden das heißt wir kriegen einfach die spells zu einem günstigeren mana preis oder power preis ich sehe hier immer nur stats erhöhungen auf stufe 5 kriegen wir zwei zaubersprüche auf stufe 10 können wir schneller zaubern 18 schneller zaubern 50 schneller zaubern aber dazwischen nur stats das heißt spellcraft scheint nicht dafür zuständig zu sein wie stark der zauber wirklich ist ok was steht hier bei erdmagie du erhältst die fähigkeit neue zauber zu sprechen und erhöhst die effizienz von erd sprüchen ah schön also packen wir jetzt mal alle unsere punkte kann ich das rückgängig machen äh ne es gibt keinen rückgängig knopf also tue ich zwei punkte in erdmagie und doch zwei punkte in luft obwohl ja doch ich hätte ganz gerne weil er hat ja nur diesen gift zauber und untote allgemein kriegen keinen schaden durch gift und ich denke mir es wird noch ein paar andere geben also zum beispiel golems oder geister okay geister sind auch untote aber allgemein wird es wahrscheinlich mehrere gegner geben die gegen erdzaubersprüche resistent sind also wäre es praktisch wenn er auch noch luft irgend einen guten zauber hat ja pack ich jetzt zwei punkte in luft dann ist der erste zauber da auch freigeschaltet auch wenn er da noch keinen spruch für hat aber na gut das gänse hätte ich wahrscheinlich machen sollen ohne ne fackel in der hand das ganze gerede jetzt Oh, ne, du musst wieder zu. Jetzt gehst du. Na nö. Okay, das ist definitiv ein Schalter, das wir gerade gelöst haben. Ja, ich habe eigentlich nur wahllos Knöpfe gedrückt. Aber gut. Ich will nicht meckern. Der ist auch so weit eingetragen. Wo sind wir überhaupt? Da unten sind wir, ne? Ja. Na gut. Raus hier, auf zur Doppeltür. Wir hören wie Legionäre. Können wir da irgendwas vorbereiten? Nein, nur den Feuerball und Gift. Aber der Gift macht nichts. Aber wir haben ja hier unseren Heilkristall, das passt schon. Wir tanzen einfach immer im Kreis um den Kristall rum. Drücken alle Nase lang drauf. Oder auch nicht, denn wir müssen jetzt durch einen Teleporter. Ärgerlich. So, du bist jetzt mal C. Glaube ich zumindest. A, B, C. Gut. Augen zu und durch. Gut, schon mal keine Gegner. Und wir schreiben hier hin C, Ausgang 1. Giftblitz. Also Bolt ist eigentlich so ein Geschoss. Ja, Giftgeschoss passt ganz gut. Gucken wir mal. Das wäre dann der unten links und der oben rechts. Und für den bräuchte man Erdmagie 7, was wir gerade nicht genommen haben. Denn wir haben jetzt Erdmagie noch 5. Kann ich das trotzdem mal probieren. Gucken wir mal. Der und der. Nee, Skill ist nicht hoch genug. Schade. Weil dieses Giftgeschoss hört sich auch so an, als wenn es weiterkommen würde, als nur das eine Feld vor uns. Weil sowohl die Giftwolke als auch diese Feuerspons von Magie sind immer nur auf dem einen Feld vor uns. Das heißt, wir können damit nicht pullen. Und wir können nicht Gegner auf Distanz kaputt machen. Oh. Oh, da sind wieder Pilze. Schön, schön. Da kannst du wenigstens deine Giftwolke immer effektiv einsetzen. Wir müssen nur vorher die Tür aufbekommen. Zack. Komm, but, 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 but. Lieber Pilz. Und die letzten beiden haben wir wieder abbekommen. So, machen wir jetzt den gleichen Fehler bei ihm auch. Also, er kann ja schon seinen zweiten Zauber. Das heißt, wir erhöhen bei ihm jetzt einfach nur ganz stur Feuer Magie, damit er mehr Schaden macht. Und nee, erst mal einen Punkt in Spellcraft, damit er einen Punkt in Willpower bekommt. Und dann erhöhen wir ganz stur Feuer Magie. Denn mit Feuer Magie kann man nie wirklich falsch liegen. Das wird ja auch später noch ganz nette Zauber geben, denke ich mal. So, lag da was drin? Ja, die Spruchrolle. Okay, dann können wir weitergehen. Das ist ja auch ein komisches Gitter, wenn dahinter gar nichts ist. Oh, wir haben Gorn vergessen. Oh, armer Minuthauche. So, wir könnten extra erhöhen, damit er ein bisschen mehr Schaden macht und besser trifft. Aber ich tendiere eher für Rüstung. Denn ich will eben möglichst schnell die Rüstung auch anziehen können, ohne dass er tierische Mali da durchbekommt. Also, vier Punkte auf Rüstung. Dann wären wir auf sechs. Dann wären wir nächste Stufe auf zehn. Dann auf 14. Das heißt, da hat noch vier Stufen, bis wir die schwere Rüstung tragen können. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, dafür kriegen wir zwischendurch zweimal zehn Lebenspunkte mehr. Ja, was muss, das muss. Ja, das ist unser Tank und ein Tank ohne Rüstung ist ein komischer Tank. Giftwolke. Da. Ich habe schon ganz vergessen, wie dieser neue Zauber geht, diese Eisdingens. Ups, alles. Hey, das war echt gut. Das war gar nicht gut. Das ging richtig schnell. Dabei hat er doch so viel Rüstung an. Okay, testen wir jetzt mal, ob die Kristalle wirklich schön. Die bringen Lebenspunkte zurück. Und was hat er da für ein komisches Symbol oben in seinem Porträt? Oh, er ist hungrig. Vielleicht ist er deswegen so schnell gestorben. Wie schaut es bei den anderen aus? Nö, nö. Oh, gut. Wieder zurück. Kriegt er irgendwelche negativen Effekte durchs Sterben? 4, 6, 4. Ich glaube, so viele Skillspunkte hatte er vorher auch. Ja, bei den anderen Stacks kann ich so nichts sagen. 71 Lebenspunkte, 12, 20, 12, 9. Jetzt speichere ich mal ganz kurz ab. Das ist ja eh Zeit für einen Cut. In der nächsten Folge gucke ich mal ganz kurz in einen älteren Speicherstand, ob dies jetzt genauso sind. bis gleich. Bis gleich.